ja servus leute eigentlich wollte ich ein fifa video machen aber als ich dieses video was gleich kommen wir gesehen habe macht euch mal selber ein bild und dann könnt ihr mich vielleicht verstehen mein deutsch ist auch schon gefickt nachdem ich das video gesehen habe aber gucken wir es uns noch mal genauer an ich spitte jetzt ein paar bars für euch du bist ja großzügig schenkst uns einfach ein paar bars lass mal reinhören was du uns so zu sagen hast für uns natürlich ich bin der baba der babas schöne reine tag und nacht und ficke jj von berlin tag und nacht das sind keine 16 bars trotzdem ficke ich deine mutter auf 16 bars ich sehe jetzt aber meine mutter ich dachte du willst jetzt irgendwie für uns wappen und nicht gegen uns und ich hab schon genügend äh rapper gehört die meine mutter ficken weil dann brauch ich jetzt nicht noch so einen 12 jährigen was weiß ich was der grad mal zwei drei haare am sack hat die gerade noch so locken bekommen willst du mir erzählen dass du jetzt irgendwie jemanden ficken kannst guck mal deine arme an ihm hast du von deiner von deinem partner die zahlstoffe geklaut hast du dann hier reingesteckt oder was du bastard alter ich kann euch Leute nicht abdenken die meine größe auch noch wie das wieder anfängt ich bin der baba der babas alter das einzige was du fickst ne ist deine hand und das so lange bis du eine schönheitsaufgabe gemacht hast du elender gucken wir uns das mal genauer noch weiter damals hab ich gesoffen auf 16 bars ich und mude ungefähr 16 stars ah 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 ich spieg deine mutter in 16 bars 16 bars 16 bars 16 stars 16 bars 16 stars 16 bars ich und mude ungefähr 16 stars und ich bin jugoslaw und zum glück alter ich schwör auf alles wenn ich immer solche missgeboten sehe im internet ne die irgendwie keine ahnung die sich zum depp machen und irgendwie soviel die selbstbewusstsein haben denen ist das gar nicht klar dass sie dich zum vorgemachen es kann auch sein dass ich mich auch zum vorgemachen ne aber jetzt habe ich ein paar leute die dahinter stehen aber bei dem ich weiß zwar nicht wer hinter ihm steht auf jeden fall denke ich mir dann immer bei solchen vögeln hoffentlich kein türkern und jetzt bin ich schon mal gefühlt eigentlich kann er jetzt machen was er will weil solange es kein türke ist weil sobald einer dumm ist zum beispiel einer ist nazi dann werden alle anderen deutschen auch als nazi bezeichnet einer von den türken stinkt sagen wir dann heißt es die ganzen türken stinken und dann brauchen wir jetzt noch nicht noch so einen vogel dann würde das heißen halt die türken denken ein auf mich die ganzen bastard ähm egal zum glück ist das kein türke jetzt tut mir jetzt leid an alle jugoslawen aber ihr habt noch jasko von bengermusik der ist guter jugoslawen da habt ihr nochmal Glück gehabt Kopf hochmann wir haben auch bescheuerte türken macht lass euch da nichts runter machen ja der junge hat uns aber noch was zu sagen gucken wir mal weiter und jugoslawen töten wenn sie schlagen erst kommt der audi danach kommt der bugatti dann der ferrari und dann der la und dann dann fick ich eure mütter und dann 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 fick ich eure mütter Junge das einzige was du fickst bleibt immer noch deine Hand vielleicht wenn du Glück hast lässt sich deine schwester von mir bumsen aber doch nicht wir müssen ficken Junge nicht mal ne nutter hätte dir zugesagt alter ok leute ist eigentlich ist es ja jetzt auch asozial von mir ne wenn ich jetzt einfach so irgendwelche Leute runter mache oder mobbe die mir nichts getan haben ja da sind wir schon bei der Sache die mir nichts getan haben aber der Junge tut mir ja was ganz ehrlich er wollte für mich weppen ich dachte jetzt der gibt mir einen Kopf oder so ne oder uns der sagt jetzt ey ihr seid korrekt aber nicht er will ja unsere Mütter picken also ich meine in Deutschland darf man sich doch wehren oder nicht aber ich glaub der Junge hat doch ne gute Seite in sich weil am Ende des Videos sieht man er wollte gerade seine gute Seite draus lassen seine soziale Seite seine deutsche Seite seine Streberseite ne und dann hat der Kameramann allein da raus gemacht guck dir schon mal der Beutungsglock noch was sagen dann fick ich eure Mütter so muss mich eure Mütter so muss mich dann fick ich eure Mütter dann fick ich eure Mütter dann fick ich eure Mütter du Harald hast du das eigentlich gut aufgenommen du musst das genau so machen und schneide das bitte weg ok genau da Spaß da seid ihr Leute das einzige was gefehlt hat ist das hier Amu Aleikum ich spitt jetzt ein paar Bars für euch ich spitt der Baba der Baba ja Leute mir fällt nichts mehr ein dass ich zu dem ich meine wenn er das Video sieht keine Ahnung wenn jemand von euch mit ihm befreundet ist Digga ich möchte dich jetzt nicht runter machen oder so ne aber vielleicht checkst du es einfach nicht dass du ein kleiner Bastard z.m. echt nur zu assozial Dings 16 Bars trotzdem fick ich deine Mutter auf 16 Bars Deine Namen nackt lass es einfach sein glaub mir ich will jetzt wird er sagen nur weil ich gut rappen kann ok dann mach weiter aber später wenn irgendwas passiert wenn du von irgend ich will damit nichts zu tun haben ich sagte jetzt schon mal ich will dir nur helfen es gibt auch genügend Dings Mördern den sollte man auch helfen Mördern ist leider Türke guck das meine ich jetzt andere Jugoslawen ihr braucht jetzt nicht Dings wir haben auch bescheuerte Türken also da können jetzt auch die Jugoslawen nix für zum Glück ist es kein Türke ich dachte schon Zibelsohn ist Türke aber der ist auch zum Glück kein Türke und ja Seine Namen nackt macht eure Schule und endet nicht so macht lieber eure Schule was ich nochmal sagen wollte Leute wenn euch das Video gefallen tut den Daumen hoch und hmm könnt ihr es auf euren Facebook teilen ja und ich hab noch irgendwas für euch ich schwöre bleibt dran bleibt dran ja man ja man nun mal eine ganze Beat nein muss ich nicht stoppen nicht diesmal der Beatmark ist ich hab ein Ferrari und einen Lamborghini und einen Opel Corsa und einen im Nissan Micro ey 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 Ficke deine Mutter Ficke deine Mutter Ficke deine Mutter ey ey yeah ey ja hast du es eigentlich noch aufgenommen ok dankeschön ja 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 danke 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 danke